Fabian, warst du zufrieden auf deinem Rennen heute? Nicht so ganz. Ich hatte sehr viele technische Probleme. Mir ist die Kette sechsmal runtergefallen und da musste ich jedes Mal stehen bleiben und wieder drauf machen. Und darum lief es halt nicht gut heute. Wie viel Platz warst du geändert? Ich bin 25. geworden, was aber wahrscheinlich auch an der Kette lag. Aber das gehört zum Sport dazu. Ja, das gehört zum Sport, aber das ist nicht immer schön. Nächste Race Hufalice? Wahrscheinlich Hufalice und dann nochmal Bundesliga Heubach und dazwischen nochmal ein paar Marathons. Aber mal gucken. Okay, wir sehen uns wieder in Hufalice. Danke. Okay, danke. 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 Danke.